Hallo, ich bin der Fabio und mache Lehrer als Prozesse-Techniker bei der Firma Miba. Ich habe mich beim Schnuppern sehr wohl gefühlt. Die Ausbilder waren alle sehr nett zu mir und die modernen Maschinen haben mich einfach begeistert. Als erstes werden die Teile konstruiert, dann programmiert und für die Fräsmaschine vorbereitet. Direkt an der Maschine spanne ich den Bauteil in den Schraubstock ein, bereite die Werkzeuge vor und starte das Programm. Hallo, ich bin die Patricia und ich mache Lehre als Metalltechnikerin. Ich habe mich für die Firma entschieden, weil der Beruf sehr abwechslungsreich ist und wir mit den Ausbildern bei der Arbeit immer Gauri haben. Bevor es auf die Fräsmaschine geht, werden die Werkzeuge als erstes auf dem Einstellgerät vermessen. Danach wird der Teil eingespannt und direkt auf der Maschine bearbeitet. Auf der Drehbank werden die runden Bauteile bearbeitet und die lernen den Umgang mit den Werkzeugen und mit der Maschine. Wenn die unsere Lehrberufe interessieren, dann kommt zum Stuppern vorbei. Wir freuen uns auf die.